Ja Leute, dann gehen wir mal in eine neue Folge der Übertore-Challenge. Natürlich beginnen wir immer mit der letzten Runde zwischen Jörg und mir. Und der Jörg durfte beginnen mit der Partie Salzburg-Liverpool. Wieder erwarten es nur ein 0 zu 2, nur zwei Tore. Dann hatte er Chelsea gegen Lille drei Tore, fünf plus fünf bei Eintracht gegen Gimmaresch. Zehn Stück an der Zahl. Was hatte ich? Ja, ich nehme es vorweg, weniger. Mein erster Tipp war noch gut. Lyon-Leipzig vier Tore, ein Törchen bei Ajax gegen Valencia, fünf und Basel-Trabzons vor. Nur zwei, also sieben an der Zahl. Das heißt, der Jörg hat ein wenig aufgeholt. Es steht 10,5 zu 9,5. Ja, und es bleibt spannend zwischen uns. Mal schauen, wer vor Weihnachten da die Pole-Position hat. Gut, ihr habt auch wieder fleißig mitgemacht und wir haben einen Klangewinner mit 13 Treffern. Adrian Kira mit den Partien PSG gegen Gala 5-0, Brügge Real 1 zu 3 und die Roma gegen den WAC. Vier Tore 2 zu 2. Gut, auch diesmal dürft ihr natürlich alle wieder gerne mitmachen. Hier unten im angepinnten Kommentar das Regelwerk und die Kommentarfelder. Lasst gern Däumchen hier, abonnieren den Kanal natürlich, Glocke betätigen. Haben wir das auch schon mal hinter uns. Gut, ich darf diese Woche beginnen und natürlich starten wir mal in der Bundesliga. Oder, ja, muss ich die Bayern gegen Werder Bremen nehmen. Lewandowski hat eine kleine Auszeit bekommen, eine kleine Ruhephase. Der dürfte brennen. Ich denke mal, gegen Werder dürfte es für zwei Buden reichen. Und ja, die anderen vorne, auch motiviert, da endlich wieder in der Bundesliga in die Spur zu kommen. Sollte man das Heimspiel für nutzen. Werder gerade ein bisschen am Schwächeln, aber die Bayern kriegen ja auch immer einen. Und, ja, was hat Werder zu verlieren? Können wir sogar vorstellen, die treffen zweimal, weil Bayern muss ja hinten in der Abwehr ein bisschen umstellen wieder. Vorne leider der Ausfall von Coman. Und, ja, aber ansonsten denke ich mal, dass das, was da auf den Platz kommt, schon ordentlich ist für ein paar Törchen. Also, ja, was hatte ich in den Bundesliga-Tipps? Könnt ihr hier oben in der Infokarte übrigens nochmal antippen. Haben wir ja auch schon die erste Wette platziert. Ja, hatte ich, glaube ich, ein 4-1 gesagt. Bleibt dabei. Ja, vielleicht 4-2, wenn ich Glück habe. So vier bis sechs Tore will ich da haben. Gut, dann bin ich gespannt, was der Jörg hat. Ja, nachdem ich unter der Woche mal wieder ein bisschen auffolgen konnte, auch willkommen von mir zur nächsten Runde. Das offensichtliche beste Spiel Bayern gegen Bremsen ist natürlich schon weg. Keine große Überraschung. Deshalb komme ich auch gleich zu meinem ersten Pick. Und das ist Düsseldorf gegen Leipzig. Düsseldorf, finde ich, kann momentan nicht gut verteidigen. Viele Buden gegen Schalke bekommen. Also auf Schalke, aber trotzdem sahen gegen Dortmund nicht gut aus. Auch gegen die Bayern nicht gut aus. Von daher RB, die ja nicht wirklich gut nach vorne spielen können, schnelle Kombinationen haben, angreifen können. Auch wenn es auswärts ist, ich glaube, da geht was. Deshalb, meines Erachtens klar, das zweitbeste Spiel in der Liga. Also was die Tore angeht. Düsseldorf gegen RB. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Spiel danach. Und dann wird es schwierig, dieses Wochenende. Ich finde, die Bundesligaspiele, da geht mir mindestens mal eine Mannschaft total auf den Sack. Wo ich immer denke, will ich nicht. Auch das, zum Beispiel das Dortmund gegen Mainz-Spiel. Dortmund ausfährt so schwach dieses Jahr. Klar, Mainz, die haben schon Druck machen. Aber ob das jetzt dann ausgerechnet wird, na, ich weiß nicht. Auch zum Beispiel Bayer-Lotzer hat ja schon mit Köln Anfang der Saison gegen Dortmund gespielt. War ein 3-1, aber ein sehr mühevolles Spiel. Wenig Torchancen. Das will ich nicht. Die anderen aus verschiedenen Gründen auch nicht. Deshalb gehe ich in die zweite Liga. Aue gegen Regensburg. Regensburg auswärts, da passiert immer was. Bei Aue passiert vor einigen zu Hause was. Deshalb glaube ich, dass das eine gute Kombi ist. Die werden beide versuchen, was in dem Spiel zu machen. Und wie gesagt, in dieser Saison, wenn Aue zu Hause spielt, sind das in der Regel torreiche Spiele. Aus dem Grund, mein zweites Spiel, Aue gegen Regensburg. Ja, auch eine gute Wahl. Klar, dass du mir Leipzig wegschnappst. Und ja, zweite Liga-Partie finde ich interessant. Und ja, ich schließe mich dann einfach mal an und gehe auch in die zweite Liga. Pack mir allerdings dort die Partie Nürnberg gegen Kiel. Weil die Kieler hatten ja zuletzt endlich mal wieder alte Kieler Resultate. 3 zu 6, glaube ich, in Wehen. Dann zuletzt eine 2 zu 4 Niederlage gegen Osnabrück. Nicht schlecht. Und dabei haben sie auch noch den Meffert verloren. Ja, das Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld wird sehr schwerwiegend sein. Ein bisschen umstellen. Ignowski, glaube ich, wird ihn vertreten. Auch ein erfahrener Spieler. Aber Meffert ist dann natürlich mega eingezockt. Die Nürnberger auf der anderen Seite haben offensiv die Qual der Wahl. Ja, und müssen jetzt endlich mal auch unter Jens Keller irgendwie dreifach punkten. Wetter soll allerdings scheiße werden. Das ist ein bisschen so das Handicap bei der Wetter. Aber die Kieler kennen auch schlechtes Wetter und Wind und was weiß ich, was da passiert. Deswegen Drufter, Flatterbälle, Aufsetzer. Weil der Keeper von Nürnberg ist ja auch gerade erst frisch dabei. Alle davorigen, also haben einen ja Ablöse frei geholt. Und zwar den Dornebusch heißt er. Hat jetzt dreimal im Kasten gestanden. Auch nicht so wirklich überzeugt. Ja, ein paar Flatterbälle. Vielleicht patzt der ja rum. Und ja, Kiel hat eine super Offensive. Nürnberg eigentlich auch. Ich denke mal, da kann was passieren. Gehe so von so einem 2-2 aus. Also klare Tendenz sehe ich da nicht. Verspreche mir aber Tore. Gut, dann bin ich auch international schon dran als Erster. Das ist auch gut so. Weil ich will die Partie haben. Arsenal gegen Man City. Die kriege ich so mit. Und ja, Torgaranten auf beiden Seiten. Also Bosteams zu score. Arsenal 9 von 10 Pflichtspielen zuletzt. Bosteams zu score. Und City hatte ich sogar gesehen. 10 von 10. A la Bonheur. Und neuerdings, beziehungsweise sie schießen ja auch ordentlich Tore. Gabriel Jesus viermal, ach Quatsch, dreimal hat er genetzt in, wo war es, Zagreb. Und ja, haben auch wieder mal eins zugelassen. Ja, und sowas erwarte ich mir auch eigentlich auf beiden Seiten, dass sie sogar doppelt was zulassen. Ein fünftes oder sechstes Tor noch irgendwo fällt. Tendenz auch eher natürlich Richtung City. Arsenal hat man ja gestern zum Beispiel auch in der Euroleague gesehen, wie die die Tore kriegen. Fälschen gern mal was ab. Dann unerhaltbar für den Keeper. Ja, sieht alles ein bisschen dämlich aus, aber passt gerade zu Arsenal. Und ja, Man City kriegt sind nicht sortiert. Die Ausfälle, speziell natürlich immer noch Laporte, das kriegen die irgendwie nicht geregelt. Also, ich wünsche mir fünf Tore, vier werden das Minimum, sag ich jetzt einfach mal so. Gut, dann bin ich gespannt, was sich da der Jörg noch rausgeguckt hat. Ja, dann auch gleich zum internationalen Spiel. Das Arsenal gegen Man City Spiel fand ich auch das Beste. War mir aber relativ klar, dass ich sie nicht bekommen werde. Ich habe mich diese Woche entschieden für San Sebastian gegen Barca. Barca ist ja eigentlich eine Mannschaft, die man meines Erachtens in der Regel nur zu Hause nehmen sollte, weil sie da mehr Druck machen, auch weil der Griezmann da wesentlich besser spielt, weil er weiter vorne stehen kann. Wenn den Verteidigen hat er es nicht so und das ist dann schwierig für Barca, dann stehen die kompakter, machen nicht so viel, aber zu Hause geht's. Warum ich das Spiel genommen habe? San Sebastian ist zu Hause stark, sind sowieso gut. Da passiert schon was. Die Spiele zu Hause sind relativ torreich und ich glaube auch, dass Barca, sagen wir mal, eben da auf eine Mannschaft trifft, die eben auch was machen wird und dann auch gleichzeitig Konterschancen bekommen wird. Der Messi ist ausgeruht. Überhaupt alle wichtigen Akteure haben unter der Woche gar nicht oder nur kurz gespielt. Das zeigt ja auch, wo der Fokus drauf ist von Barca. Ich glaube, auch Barca das Spiel gewinnen will. Es ist kein normaler Gewalt über den Schienen raus, gerade vor dem Klassico, also nächste Woche. Ich glaube, dass das ein anspruchsvolles, sehr unterhaltsames Spiel werden könnte. Und damit die anderen Spiele, PSG oder Atalanta, Bergamo und auch das Madrid-Spiel zum Beispiel, Valencia, sich mehr sorgen, dass das irgendwie defensiver wird. Und auf jeden Fall, da habe ich gedacht, gehen wir mal damit. Ich könnte mir vorstellen, dass da Toro drin sind. Also, San Sebastian gegen Barca mein drittes Spiel. Allen natürlich viel Glück beim Wetten und beim Tippen. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ja, Hauptsache mal Barca nehmen, auch wenn es auswärts ist. Ja, mal schauen, wie sich das so rentiert für dich. Ich sehe da dieses Wochenende mal wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wäre froh, wenn ich das Wochenende reiße. Ja, wird spannend. Auch auf jeden Fall vom chronischen, chronologischen, chronischen, chronologischen Ablauf. Weil ich glaube, wir haben nichts parallel laufen. Du bist als Erster durch. Ich habe sonntags noch zwei Partien. Könnte spannend werden. Gut, jetzt ihr. Hier unten Kommentarfelder. Und ja, das war es auch schon. Und der Hinweis noch. Die Sportwetten für das Wochenende. Wird es natürlich noch geben. Da gehe ich jetzt ran und kann noch ein Weilchen dauern. Für heute Abend habe ich noch keine Partie. Ich hatte überlegt, Hattwett 1 auf Auer. Aber die Regensburger. Ah. Ja, die Regensburger. Ja, die machen mir immer ein gutes Gefühl, wenn ich dann gegen die tippe. Und ja, die geben nie auf. Schauen wir mal. Ich glaube, nein, ich weiß es. Tipps erst ab morgen dann. Aber ich hau jetzt mal rein. Also bis später.